Es ist 2018, bleibt alles scheiße, nur weil nicht mehr berichtet wird, heißt nicht, dass keiner stirbt. Europa macht die Grenzen dicht, denn wir sind so zivilisiert, uns interessieren andere Menschen nicht. Wir sind der neue Adel, alle anderen egal, nur der Pöbel produzieren unsere Waren. Und wenn sie es doch wagen und ins Boot steigen, macht die EU, was sie am besten kann, totschweigen. Sie erzählen ihren Scheiß, dass ohne Rettung keiner käme, ignorieren dabei, dass das auch vorher schon geschehen ist, dass unser Lifestyle drauf basiert, dass Menschen leiden und dass wir sie sterben lassen beim Versuch, sich zu befreien. Anscheinend gibt es Menschen, die Menschenrechte verdienen und andere eben nicht, aufgrund des Zufalls des Gebietes, in dem man geboren ist und selbst dann schreiben Rassisten Menschen wegen ihres Aufsehens auf faschistische Listen. Es ist 2018, bleibt alles scheiße, egal was du machst, du bist Teil dieser Zeit, egal was du sagst, egal was du glaubst, du bist Teil des Problems, gibt dein Königreich auf. Es ist 2018, bleibt alles scheiße, egal was du machst, du bist Teil dieser Zeit, egal was du sagst, egal was du glaubst, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und sie wählen ihren Scheiß, als wär die Rettung kein Problem, super leicht einfach zurück zu dem, was früher schon daneben ging, zu dem, was Trump und Kurz und der AfD erzählen für eine Aufrechterhaltung dieses absurden Systems, in dem es Menschen gibt, die Menschenrechte verdienen und andere eben nicht, aufgrund des Zufalls des Gebietes, in dem man geboren ist und selbst dann schreiben Rassisten Menschen wegen ihres Aussehens auf faschistische Listen. Es ist 2018, bleibt alles scheiße, egal was du machst, du bist Teil dieser Zeit, egal was du sagst, egal was du glaubst, du bist Teil des Problems, gibt dein Königreich auf. Es ist 2018, bleibt alles scheiße, egal was du machst, du bist Teil dieser Zeit, egal was du sagst, egal was du glaubst, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es ist 2018, bleibt alles scheiße, egal was du machst, du bist Teil dieser Zeit, egal was du sagst, egal was du glaubst, du bist Teil des Problems, gibt dein Königreich auf. Es ist 2018, bleibt alles scheiße, egal was du machst, du bist Teil dieser Zeit, egal was du sagst, egal was du glaubst, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es ist 2018, bleibt alles scheiße, egal was ich mach, ich bin Teil dieser Zeit, egal was ich sag, egal was ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Deshalb istPre peinliche Kraft. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen-Ustchen. Es gab einen relativ eigenen Halschen-Ustchen in der Zeit spider-AAAAAAAAACE in der Zeit Untertitelung des ZDF, 2020